Vellner Live, worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Vellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Vellner Live. Ja, jetzt zu Gast bei Vellner Live. Eugen Freund, den sollte jeder Österreicher kennen. Denn zwei Jahre lang hat er jeden Abend aus dem sogenannten Nahenkastel rausgeschaut. Als ZIB1-Moderator zu einem Zeitpunkt, als der ORF in der ZIB1 noch so ungefähr 80% Marktanteil hatte. Nicht 80% nicht, aber eine Million Zuschauer. Aber deutlich über 50 zumindest. Eine Million Zuschauer. Und eine Million Zuschauer. Und da hast du zwei Jahre lang ZIB1 moderiert. Bei einem halben von Mai bis Dezember dann. Und vorher viele, viele Jahre ORF gemacht. Mir vor allem in Erinnerung als legendärer USA-Korrespondent. Wie viele Jahre? Insgesamt sechs Jahre. Ja, und dazwischen dann diverse politische Magazine. Zine, richtig. Weltjournal, wobei ich jetzt nicht mehr genau weiß, wie es damals geheißen hat. Auslandsreport, glaube ich, hat es geheißen. Auslandsreport, genau. Und ja, sehr viele internationale Geschichten. Und ZIB1-Aktion, Innenpolitik, Interviewsgeführung. Ja, ganze Waldheim-Belichterstattung. 40 Jahre ORF, das muss man mal überstehen. Ja, aber es war immer eine spannende Zeit. Wunderbar. Und dann kam, wie in seinem neuen Buch, das müssen wir jetzt sehr zeigen, haben schon alle abgestimmt. Dieses Buch ist heute erschienen, glaube ich, oder? Es ist jetzt im Herbst erschienen. Ja, aber wurde heute irgendwie präsentiert. Ja, wird heute präsentiert. Und haben schon alle abgestimmt, Eugen Freund, sein neues Buch. Und da drinnen schreibt er sehr schön, wie ihn plötzlich ein Anruf ereilte. Das war im Jahr 2014, nehme ich an, oder? Das war noch im Dezember 2013, also knapp vor Weihnachten eigentlich, genau vor sechs Jahren, also ein bisschen später noch. Aber das war der Anruf des Josef Ostermeyer bei mir, den ich kaum gekannt habe, also jedenfalls nicht per Du gekannt habe, sondern nur aus der Ortstaffelgeschichte. Und der eine völlig irrwitzige Frage gestellt hat, nämlich? Wollen Sie im nächsten Jahr bei der EU-Wahl als Spitzenkandidat der SPÖ antreten? Und was hast du da gedacht? Seid ihr durchgeknallt? Oder was war deine Idee? Naja, im Moment habe ich schon gedacht, hey, was ist da los? Und dann habe ich gesagt, also bei aller Wertschätzung, aber das kann ich nicht am Telefon entscheiden. Da brauche ich ein bisschen Zeit. Und zum Glück sind Weihnachten davor gestanden und wir haben einen Familienrat gebildet im Auto nach Kärnten fahrend und haben diskutiert, was ich machen soll. Und da ist es 3 zu 1 für die Kandidatur ausgegangen. Und der Einzige, der dagegen gestimmt hat, war der Politikwissenschaftler, der mein Sohn war, der sich, glaube ich, zumindest einmal wissenschaftlich mit der Politik auseinandergesetzt hat und der gesagt hat, nein, das ist nichts für dich. Wobei man ja sagen muss, da waren zwei Herzen in deiner Brust, weil einerseits natürlich war Europapolitik machen für dich sicher ein ganz, ganz spannendes Ziel deines so langen journalistischen Lebens. Andererseits in die österreichische Politik einsteigen wahrscheinlich ein hoher Rohr, oder? Erfasse ich das richtig? Ja, ungefähr schon ist es richtig, ja. Also in die österreichische Politik bin ich eigentlich nur während des Wahlkampfs eingestiegen und habe dann halt so miterlebt, wie es ist, wenn man Wahlkämpft und wenn man sich auch den Medien ausgesetzt sieht. Weil man sich zum Beispiel einmal beim Durchschnittsgehalt eines Arbeiters verspricht, was dir passiert ist, was dir passiert ist und dir dein Leben lang hängen geblieben ist. Genau, und ich sage auch, wenn Journalisten meinen Grat entwerfen könnten, würden sie wahrscheinlich hinaufschreiben, das ist der, der nicht weiß, was ein Arbeiter verdient. Aber mittlerweile habe ich seit... So ungerecht ist Politik, oder? Habe ich seit vielen, vielen Jahren, wie man an diesem Zettelchen sieht, immer mitgenommen, was verdient wer. Wer verdient was? Und dann steht da Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kfz. Kfz, Männer, so viel, 1582 Frauen, das ist leider schon ziemlich beschädigt. Das waren ja die berühmten 1582 Euro, 1582 Euro, wo du gemeint hast, das sind 3000, als dich irgendeiner mal total überrascht hat. Ja, erstens überrascht und zweitens habe ich gerechnet damit, dummerweise, weil ich ja überhaupt nicht mit Zahlen und Daten und Fakten zu tun gehabt habe, dass die auch 50% Steuern zahlen, so wie ich. Und deswegen habe ich gedacht, also bei 3000 kommt 1500 raus. Aber so weit ist man in der Diskussion dann ja gar nicht gekommen, weil das hat gereicht. Okay, aber das war ja sozusagen ein Sidestep der ganzen Geschichte, wo man halt nur als Journalist erlebt hat, wie man als Politiker teilweise am Nasenring vorgeführt wird. Ja, wobei das Interessante dabei war, dass ich mir dann immer gedacht habe, während des Wahlkampfes wirst du behandelt, als würdest du die Welt aus den Angeln heben können. Und wenn du dann sozusagen in der Position bist, wo du die Welt aus den Angeln heben kannst, als Parlamentarier immerhin das gewichtigste europäische Amt, das noch dazu demokratisch gewählt wurde, dann schert sich kein Mensch mehr um dich. Kümmert sich keine Sau mehr um dich, das hast du ja genauso erlebt. Ich kann mich erinnern, wir haben uns gelegentlich zu Interviews getroffen, aber das war natürlich mit dem Wahlkampf überhaupt nicht vergleichbar. Und wie hast du eigentlich diese Zeit als EU-Abgeordneter erlebt? Das beschreibst du in dem Buch sehr ausführlich. Da sind die ersten Seiten ja diesem Wahlkampf gewidmet, aber dann geht es ja sehr ausführlich um dein Erlebnis des EU-Abstimmungsprozederes, dass er dann auch den Titel bekommen hat. Haben schon alle abgestimmt, das ist das Wort, das man dort am öftesten hört. Genau, in den unterschiedlichsten Sprachen natürlich auch. Na ja, in der Situation, wo du bist, im Plenum dann, wenn es eine Reihe, und wenn ich sage eine Reihe, meine ich 200, 300 Abstimmungen hintereinander gibt, und viele, viele werden auch elektronisch durchgeführt, das heißt, du drückst dann auf den Knopf, ja, nein, oder enthältst du dich der Stimme. Und da wird dann immer gefragt, haben schon alle abgestimmt, bevor er dann zählt, also bevor die Maschine natürlich zählt, ja. Und damit wirklich alle abgestimmt. Deshalb hat man das im Ohr. Aber du schreibst ja in dem Buch sehr viel Inhaltliches, wie du diese EU erlebt hast, wenn du das einmal kurz zusammenfasst, was deine wichtigen Thesen da drin sind. Also eine meiner Thesen besteht darin, dass ich sage, es gibt drei wichtige Institutionen in Brüssel, dass die Kommission, von der jetzt sehr viel die Rede war, siehe von der Leyen und so. Die Kommission, der Rat, das ist dort, wo die Regierungschefs dabei sind, zum Teil auch die Minister, je nachdem, um welchen Rat es sich handelt. Und dann gibt es das Parlament. Und das Parlament ist ein bisschen das Stiefkind, ja. Es ist das Stiefkind, weil es 750 Mitglieder hat, ja. Das ist schon einmal schwer irgendwie zusammenzufassen. Auch aus Österreich 18, was schon wieder leichter geht. Da wird ja drin sehr gut beschrieben, was für ein Moloch das ist, ne? Ja, es ist ein Moloch, aber es ist, und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste und das, glaube ich, kann man nicht oft genug betonen, es ist die demokratisch legitimierte Institution, ja. Weil wir sind wirklich vom Volk gewählte Vertreter in Brüssel. Das kann man vom Rat nicht sagen und das kann man von der Kommission noch viel weniger sagen. Und das Problem ist, dieses Europa fährt ja derzeit dreigleisig, nicht? Da fährt die Kommission auf einem Gleis, ja. Dann fährt der Rat auf einem Gleis und dann darf das Parlament weitgehend zuschauen. Naja, nein. Ganz so ist es nicht. Ganz so ist sozusagen das Verständnis, wenn ich das jetzt ein bisschen überspitzt sagen darf, der Durchschnitts Österreicher, Deutschen, Italiener, Franzosen und so weiter. Weil sie das im Wesentlichen so präsentiert bekommen, ja. In Wirklichkeit kommen alle Gesetze zu uns. Wir verändern die Gesetze, wenn wir damit nicht zufrieden sind oder wenn es keine Mehrheit gibt. Wir verändern sie so lange, bis bei uns eine Mehrheit zustande kommt. Dann geht sie wieder zurück, dann geht das Gesetz wieder zurück an den Rat. Also wir haben schon Einfluss auch. Wir können, und das ist der einzige Nachteil, keine Gesetze selbst vorlegen sozusagen und den Rat oder die Kommission dazu zwingen, irgendetwas umzusetzen. Das ist ja das Spannende an deinem Buch. Es ist eigentlich ein Plädoyer für ein starkes Europaparlament, richtig? Ja, für ein noch stärkeres Europaparlament. Und für eine Reform der EU in Richtung einem starken Europaparlament. Ja, ich meine, das hat man ja schon im Lissabon-Vertrag das letzte Mal so betont, dass das Parlament auch stärker werden kann, durch die Dinge, die ich gerade früher beschrieben habe. Aber es gehört, glaube ich, noch ein bisschen stärker gemacht, indem man eben dem Parlament die Möglichkeit gibt, auch Gesetzesinitiativen von sich aus zu ergreifen. Wie ist denn deine Bilanz der fünf Jahre? Wir haben das ja in Österreich gerade erlebt. Da hat der Abgeordnete Noll von der Liste jetzt, sprich ehemals Pilz gesagt, als Abgeordneter ist man eigentlich der Trottel der Nation. Die backeln sich das alles auf Regierungsebene aus. Du sitzt dort und kannst eh nichts bewirken. Gegen einen Helmut Brandstätter, der jetzt ganz euphorisiert ins Parlament hineingeht und sagt, ich werde dort einmal ordentlich aufzeigen und wir werden parlamentarische Demokratie vorexerzieren mit den Neos. Wie hast denn du das erlebt, als immerhin Vertreter einer sehr starken Fraktion, nämlich der österreichischen Sozialdemokratie? Damals, ja, oder in Europa insgesamt die zweitstärkste Fraktion. Naja, es ist anders, als es im österreichischen Parlament und möglicherweise auch in vielen anderen Parlamenten ist, wo die Regierung sehr stark ist, weil sie ununterbrochen Gesetze sozusagen vorbringt, die dann von der eigenen Mehrheit beschlossen werden. Das gibt es dort nicht so, weil, wie ich schon gesagt habe, das, was von der Kommission kommt, bei uns ordentlich zerkaut wird. Und dann wird es in der Form, wie wir glauben, dass es notwendig ist, schon ähnlich, aber mit den Abänderungen, die wir vorschlagen, zurück an die Kommission und an den Rat geliefert. Und das ist der wesentliche Unterschied. Also es gab nicht einen einzigen Tag, wo du gewusst hast, wie die Mehrheitsverhältnisse ausgehen. Das war das wirklich Interessante dabei. Du wusstest nicht einmal, ob es eine Mehrheit gibt für irgendetwas Bestimmtes, außer die Sozialdemokraten und die Volkspartei, also Europäische Volkspartei, Europäische Sozialdemokraten hatten sich im Vorfeld geeinigt, weil das ein Interesse des, was weiß ich, das gesagt hat. Und deine Bilanz nach fünf Jahren EU ist eine positive? Naja, sie ist insofern eine positive. Ich habe mich um ein ganz wesentliches Element bemüht. Und zwar darum, dass es eine starke, gemeinsame, kräftige, herzeigbare europäische Außenpolitik gibt. Die gibt es bis heute nicht. Aber es gibt, und das schreibe ich jetzt nicht allein mir zu, aber das habe ich auch heute wieder aus dem Mund des österreichischen Außenministers Alexander Schallenberg gehört. Es gibt großes Interesse dafür, dass wir das brauchen, weil Europa bis jetzt immer nur der Zahler war, der Payer, aber nie der Player. Wir haben immer viel gezahlt. Sie in Nahe Osten, Palästinenser, das sind die großen Geldgeber dort, aber haben nichts zu reden. Und das muss aufhören. Und das muss aufhören, wenn es um den Syrien-Krieg geht. Das muss aufhören, wenn es um die Situation im Westbalkan geht. Da müssen wir stärker werden. Das würde aber heißen, dass du für eine richtige Europaregierung bist. Mit handlungsfähigen Europaministern. Naja, jedenfalls in dem Bereich, in dem es wichtig ist. Also ganz sicher ist es im Bereich der Außenpolitik wichtig. Schauen wir uns nur an, was die Amerikaner mit uns oder gegen uns vorhaben. Schauen wir uns nur an, wie Russland derzeit dasteht, wie China dasteht. Und wir tun uns irgendwie in klein, klein ver... Das hängt ja aber dann wohl auch mit einem eigenen Verteidigungsminister zusammen, weil Außenpolitik ohne Verteidigung ist ja schwer denkbar, oder? Ja, aber ich bin ja der Ansicht, und das habe ich auch immer wieder gesagt in meinen Reden im Parlament, ich bin ja der Ansicht, dass man hier das Pferd vom Schwanz aufzäumt, wenn man nämlich erst über die Verteidigungspolitik redet und dann über die Außenpolitik. Ich glaube, die richtige Reihenfolge ist die Außenpolitik zuerst. Aber das würde ja dann wohl auch heißen, dass es einen gemeinsamen Finanzminister braucht. Also nicht unbedingt. Also ich glaube nicht, dass die Außenpolitik so abhängig ist von Finanzen. Wir haben in der Vergangenheit bewiesen, Sie hier zum Beispiel das Iran-Abkommen, wo die Europäer sich sehr stark eingebracht haben, also wo es um den Atomkonflikt mit dem Iran gegangen ist, dass es hier nicht um Geld, also da geht es nicht darum, dass wir da jetzt irgendwie Geld zur Verfügung stellen. Also du wirst mit einer schlagkräftigen, gemeinsamen EU-Außenpolitik schon zufrieden. Du brauchst nicht unbedingt eine Republik Europa, du brauchst nicht unbedingt eine Vereinigte Staaten von Europa, die zum Beispiel vom Parlament gewählt wird, wie es ja viele wollen. Nein, also ich glaube, Schritt nach Schritt. Es geht nicht so, dass wir jetzt alles umwerfen und sofort uns auf eine europäische Regierung oder auf eine europäische Kommission in dem Sinn, wie sie derzeit existiert, umstellen. Das ist glaube ich nicht notwendig. Sondern ich glaube, dass der erste Schritt der wesentliche Schritt sein muss. Entweder Ende der Einstimmigkeit in der Außenpolitik oder gemeinsame Außenpolitik dann halt mit Einstimmigkeit. Aber das wird nicht gehen. Daher der erste Schritt muss einmal sein, die Einstimmigkeit abzusetzen. Gut, das war spannend. Eugen Freund, unser neues Buch, haben schon alle abgestimmt, jetzt zu haben, wenn man sich für Europa interessiert und wissen will, wie er es in Zukunft zieht. Wir gehen in eine kurze Werbepause und da muss ich den Eugen Freund, wenn wir ihn schon im Studio haben, schon auch fragen, wie sieht er denn die SPÖ für die er ja ein halbes Jahr Herzblut, sprich Wahlkampf, hergeschenkt hat. Wir sind gleich wieder da. Am Tag, als Pamela Randy Wagner wieder einmal einen Parteivorstand und vor allem auch ein Präsidium überlebt hat, ist Eugen Freund bei uns zu Gast. Und Eugen Freund ist insofern nicht nur ein sehr, sehr spannender Partner im Gespräch zu Europa, wo er jetzt ja fünf Jahre unsere stärkste Fraktion, sprich die SPÖ, vertreten hat, sondern auch ein spannender Partner zur Innenpolitik, denn... Nicht, die SPÖ war nicht die stärkste Fraktion. Na, in Österreich damals schon. Nein, nein, die ÖVP war stärkste. Nein, nein, die ÖVP war stärkste. Gut, also die zweitstärkste. Wahrheit muss sein. Stimmt, 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 weil es war zwar ein toller Wahlkampf, aber zu Platz 1 hat es nicht gerecht. Aber, worauf ich hinaus wollte, du warst ja eine Zeit lang, Wunderwaffe wäre jetzt sehr pulvartesk formuliert, aber sozusagen die Wahlkampf-Sperrspitze, das wäre ein Feinmann. Ja, man könnte sagen, man hat dich dort eingeschickt, damit es brennt, man könnte auch sagen, man hat dich reingeschickt, weil du halt ein besonders telegenes und auch... Nein, nicht telegenes, weniger telegenes, bekanntes Gesicht. Bekanntes, populäres, vor allem auch populäres Gesicht, das auch für eine klare Außenpolitik-Kompetenz gestanden ist, also viel Außenpolitik-Kompetenz hat ja nie jemand abgesprochen. Ja, wie war denn das damals in der Ära Feinmann? Hast du die SPÖ noch als intakt erlebt in diesem Wahlkampf, der ein schwieriger war für dich? Der Wahlkampf war ein schwieriger, weil ich bin, das muss ich schon sagen, trotz aller Widerstände, die man mir entgegengebracht hat, also sagen wir jetzt einmal medial und dann auch so ein bisschen in einzelnen Kreisen der SPÖ, bin doch sehr unterstützt worden. Also ich kann mich dann nicht beschweren, dass ich sozusagen hängengelassen wurde. Wo es vielleicht gehapert hat, war der Anfang, wo man hätte sagen müssen, also wir präsentieren den Eugenfreund als Spitzenkandidaten und wenn Sie was von ihm wissen wollen, kommen Sie in zehn Tagen wieder zum Eugenfreund und nicht am zweiten Tag ein Profilinterview machen. Also da hätte man sagen müssen, der Eugenfreund bei aller Wertschätzung, was seine Kompetenz in der Außenpolitik und im medialen Auftritt betrifft, aber er braucht eine Aufwärmphase und er muss sich auch mit den Besonderheiten eines Wahlkampfes auseinandersetzen und so weiter. Also da sehe ich uns alle schwächen. Wie hat die SPÖ eigentlich noch als spannende, intakte Partei erlebt? Ja, ich sehe sie auch heute als spannende Partei. Spannend, ja, aber nicht mehr intakt. Naja, intakt ist alles relativ. Also ich meine, es ist ein schönes Ablenkungsmanöver, wenn man über die Probleme der SPÖ schreibt und nicht über die Probleme anderer Parteien, von denen es ja genug gibt, nämlich A-Probleme und andere Parteien, also ich finde, das sind Dinge, die zwar ein Problem darstellen für die Partei, die auch offenbar jetzt nicht nur in der Lage ist, sondern bereit ist und anerkennt, dass man diese Probleme lösen muss, aber ich sehe das nicht so dramatisch. Du hast ja aus dem Ausland den Sturz des Faymann erlebt. Mit dem warst du bis zum Schluss gut? Es war so, ja, wir waren immer gut, wenn wir uns am Flughafen getroffen haben, dann nachher haben wir uns auch immer sehr nett unterhalten, aber ich habe nach dem Wahltag irgendwann im Mai 2014, im Mai, habe ich nicht mehr viel mit ihm zu tun gehabt. Also das ist eigentlich das Interessante und das Schöne auch gewesen, dass ich ein wirklich eigenständiger Abgeordneter war, der sich nicht gängeln hat lassen, aber der auch nicht gegängelt wurde. Ja, also man hat nicht gesagt, du musst jetzt so abstimmen oder so abstimmen. Nein, nicht ein einziges Mal. Das war einerseits natürlich wunderbar für dich, andererseits, und das schreibst du da drin, ist es schon so, dass du auch den Eindruck hattest, mit der Wahl war eigentlich das Interesse vorbei, ne? Mit der Wahl war das, du kannst es formulieren, wie du willst, war das Interesse vorbei oder hat er, wer hat seine Schuldigkeit getan und wer kann gehen? Genau, ja, der Mohr. Der Mohr, ja. Der Freund in dem Fall. Also das hat dich schon ein bisschen gestört, so schön es für dich arbeitstechnisch war. Ja, ich glaube nicht, dass es mich gestört hat, es hat mich eher gewundert, muss ich sagen, dass man nicht mehr gebraucht wird oder nicht mehr, Anführungszeichen, manipuliert wird. All das hat es nicht gegeben. Das war auf der einen Seite wunderschön, auf der anderen Seite doch ein bisschen seltsam. Ja, und wie hast du jetzt aus dieser einerseits angenehmen, andererseits schon ein bisschen auch so realistischen Abstand von Brüssel, den Sturz des Werner Faymann erlebt? Ja, kaum. Ich glaube, so wie jeder andere Journalist auch. Ich war am 1. Mai, glaube ich, nicht in Wien, sondern in Kärnten, also war nicht am Rathausplatz und habe das dann, ja, mit einiger Verwunderung habe ich das auch mitbekommen, was sich dort abgespielt hat, das Pfeif-Konzert und so weiter. Du bist ja der Meinung, Faymann hätte bleiben sollen. Ich habe das nicht, erstens wurde ich nie gefragt danach und daher habe ich das auch nie äußern können. Wenn man dich fragen würde? Ja, wenn man mich heute fragt, das ist der Zahn der Zeit, Faymann war, glaube ich, neun Jahre lang an der Spitze, das weiß ich so genau. Längstdienend, ja. Einer der längstdienenden, naja, Kreisky war natürlich länger. Nach Kreisky, logischerweise. Aber, ja, der Wunsch nach Veränderung, Erneuerung, der kommt in allen Parteien. Siehe Freiheitliche Partei jetzt, siehe ÖVP vor zwei Jahren oder fast jetzt drei Jahre schon. Also das ist einfach so. Und den Wechsel zu Kern, siehst du positiv oder? Damals sah ich, damals sah ich den Wechsel, also weniger als Wechsel, sondern als in der Person Kern sah ich positiv. Aber wir sind alle schwer enttäuscht worden natürlich. Wieso? Naja, die Enttäuschung lag darin, dass das Ende so abrupt gekommen ist und eigentlich unnotwendig war. Also wenn wir sehen, was, er ist, glaube ich, im Dezember oder November oder sowas, ist er zurückgetreten und im März ist die Regierung geplatzt. Also man hätte ein bisschen mehr Durchhaltevermögen zeigen können. Mit der Grund, warum er sich vertschüsst hat, wenn man das so sagen darf, war ja, dass er bei der Europawahl, wo er als Spitzenkandidat hätte antreten sollen, in deinem Fußstoffen... Angekündigt hat, als... Angekündigt, der eigentlich für die SPÖ, für die Sozialdemokraten im EU-Parlament war und ja weiß, wie viel Übereinstimmung oder Nicht-Übereinstimmung es da gibt. Oder wäre das falsch gewesen? Na, genau wie du sagst. Es gibt Übereinstimmungen in gewissen Bereichen, also zum Beispiel dieses ganz starke pro-europäische, das Macron ist etwas, was die Sozialdemokratie gut brauchen kann und auch gut für sich verwenden kann. Auf der anderen Seite gibt es genau, wie wir jetzt sehen, wieder in den Auseinandersetzungen über die Pensionsfragen, aber auch in den Auseinandersetzungen mit den Gelbwesten, gibt es natürlich viele soziale Fragen, wo wir mit dem Macron nicht erinnern können. Also jetzt gibt es natürlich viele in der SPÖ, die damals dagegen waren, die sagen, wir haben es ja gleich gesagt, gegen diese Allianz SPÖ-Macron, die sagen, wir haben es ja gleich gesagt, man sieht jetzt ja, was los ist, da sind 800.000 auf der Straße gegen den Macron. Wenn man dich gefragt hätte, wäre das eine gute Idee gewesen, diese Allianz, oder eine falsche Idee? Naja, wir haben ja gesehen, wie lange das gedauert hat, vielleicht acht Tage lang, also vom Anfang der Ankündigung, ich bin der Spitzenkandidat und ich möchte gerne mit Macron gemeinsame Politik machen, bis zum Ende hat es nicht länger als acht Tage gedauert. Also so eine gefestigte, tolle, super Idee kann das dann auch wieder nicht gewesen sein. Und du bist auch der Meinung, es war keine super Idee? Nein, es war keine super Idee, auch wenn ich, wie ich schon vorher gesagt habe, vieles, was Macron macht, gerade aus europäischer Sicht. Aber die Sozialdemokratie hätte diesen Aufstand, den der jetzt gegen sich hat, ja vermutlich nicht vertreten können, ne? Ganz sicher nicht, ja. Und jetzt kam dann Randy. Und wie bewertest du als einer, der ja nicht mehr dabei ist, sondern jetzt sozusagen erste Reihe fußfrei die Pension genießen darf, wie bewertest du Randy Wagner? Also ich finde, dass jemand mit so einer Geschichte als Frau, die Mutter war eine Erzieherin, sie ist in einem kleinen Gemeindebau in Wien aufgewachsen, hat sich dann hochgearbeitet zu einer angesehenen Wissenschaftlerin, dass diese Frau natürlich, ich sage jetzt nicht überfordert ist, aber dass sie natürlich Zeit braucht, um sich da hineinzuarbeiten. Ich weiß es aus meiner eigenen Erfahrung, ich habe gute zwei Jahre gebraucht, um dann im Parlament die wichtigen Personen zu kennen, aber auch auf der anderen Seite von den wichtigen Personen anerkannt und gekannt zu werden. Also das ist ein Prozess, der ihr nicht gegönnt war, ja. Dadurch, dass es kurz nach ihrer Nominierung sofort Wahlen gegeben hat. Man braucht als Quereinsteiger Zeit, meinst du? Ja, absolut Zeit. Und die hatte sie nicht. Die hatte sie nicht. Und ich glaube, dass sie sie jetzt bekommen wird, ja. Diese Zeit wird sie jetzt haben, die nächsten Wahlen werden... Du glaubst, dass sie die Richtige ist? Ich glaube, dass sie die Richtige ist, ja. Ich glaube, sie ist jung, sie ist dynamisch, sie hat ihre Fehler gemacht, das ist gut, wenn man Fehler macht. Nicht so gut dann, wenn man Wahlen schlagen muss und dann gleichzeitig halt auch das Wahlergebnis nicht so besonders gut ausschaut, aber im Grunde genommen ist sie eine wirkliche Vorzeigekandidatin für alles, was Sozialdemokratie bedeutet. Und du glaubst auch, der Zustand der SPÖ ist derzeit besser als der Ruf? Naja, ich würde nicht sagen, dass er besser ist als der Ruf, aber er ist nicht so schlecht wie der Ruf, ja. Also ich glaube, dass viele meiner ehemaligen Kollegen halt gern über die SPÖ schreiben, weil sie sich dann ersparen, über komplexere Dinge zu recherchieren, die in die Zeit der FPÖ-ÖVP-Koalition gefallen sind, wo man sich auch Fragen stellen kann, wer hat damals was gewusst und so weiter, ja. Du meinst, SPÖ-Bashing ist einfach? Ja. Andere Parteienkritik ist schwieriger? Das ist schwieriger und ich sage jetzt nicht, dass es völlig absurd ist, dass man über die SPÖ schreibt, ja, das will ich keineswegs sagen, es hat alles seine Berechtigung, aber dieses übertriebene Totschreiben der SPÖ, das halte ich doch ein bisschen für übertrieben. Gut, danke vielmals, Eugen Freund, fürs Kommen und fürs Buchvorstellen. Wir gehen in eine kurze Werbepause und dann diskutieren zwei, die traditionell, würde ich sagen, in ihrem Mundwerk etwas weniger seriös und etwas nobel sind, als der Eugen Freundes von Natur aus ist, nämlich der Andreas Mölzer und der Robert Miesig über den Zustand der SPÖ. Vielen Dank. Vielen Dank.